Das ist ja, und deswegen, das ist ja mal eine schöne Tradition und es sind hervorragende Musikerinnen und Musiker und ich freue mich drauf, wir beginnen natürlich den Brandenburg-Tag mit der Märkischen Heide und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind jetzt besonders gefordert, denn Sie singen alle laut mit, so gut Sie können. Alle 18 Stufen? Ich glaube, es sind insgesamt sechs, aber wir haben uns heute geeinigt auf zwei. Wenn Sie zwei durchhalten, würde ich mich freuen. Und wenn Sie den Text können, dann wäre ich noch stolzer auf Sie. Maestro, Held, Diligent, ich würde sagen, The Stages Wars. Vielen Dank an unsere Gäste, noch einen großen Applaus. Ja. Vielen Dank an unsere Gäste, noch einen großen Applaus. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche.